Howdy do die Freunde und willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3 und nachdem wir in der letzten Episode Winnie Pooh die Welt ganz schnell abgeschlossen haben, geht's für uns jetzt hierhin nach Arendelle, die Welt von Frozen, für die, die es nicht wissen, und ich werde da jetzt dann gleich einmal hinfliegen, nur einfach mal ohne euch, also ihr müsst ja nicht dabei sein, so etwas Spannendes passieren, hole ich euch wieder dazu, ansonsten sehen wir uns gleich dort. Oh wow, es geht gleich los. Achso, ja, machen wir es jetzt aber. Hey, Islander, was kann ich sagen? Look, even the sea's turning to ice. Donald, this isn't your magic, is it? Do you think it's the Heartless? Might be. Let's go. Wow. Wow. Brutale Power. Wow. Ja, das ist so ziemlich der Inhalt des Films. Das Erste und eigentlich glaube ich auch das Zweite. Ich habe ihn nicht gesehen, ehrlich gesagt, aber ich glaube, da ist ja nicht so viel ein Unterschied. Arendelle. Auf dem Film steht einfach nur Frozen drauf. Oder die Eiskönigin. Haha. Hallo Elsa. Willst du einen Schneemann bauen? Ich hole mir die Kiste hier. Nice. 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 Der Nordberg. Na dann, hoch mit uns in den Eispalast. Was ist das da vorne? Wieso leuchtet das? Oh, it's the Heartless. Oh, it's the Heartless. Wir werden mal wieder mit einem C-Tower auf Alle Leidt! Er hat jetzt ziemlich genau dieselben Gegner wie ein Croni. You are a pirate! Full power! He? Eis herrsche! Dance! Nice, Donald! Leider so! Kurio! Sliden wir den Berg hoch? Oh! Ah ja, das ist so... Ja, 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 ja... Versteh schon! Oh! Hallo! Damast! What up guys! Wir werden mit einem Piratenschiff, das jetzt gleich durchsatzt! Juhu! Au! Meine Damen! Wie wäre es mit einem Power of Light? Habe ich gerade an dem Angebot! Oh, Immunität! Habe ich einen Immunity Deal abgeschlossen! Aha! Einfach immer weiter nach oben! Nein, Donald! Nein, Donald! Ja! Oh! Und da kann ich... Oh, 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 oh! Na ja, für gute Kisten! Kann man das schon mal machen! Wow! Entscheidung im Schnee! Aber welche Entscheidung treffe ich? Oh! Auch praktisch! Und zurück! Und zurück! Oh, Elsa! Also, wenn es jetzt sinkt... Ich glaube nicht! Ah! Warum bist du hier? Woher du gekommen bist? Hallo! Ich bin Sora! Und ich... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Mal sagen... Ein мест myös... Ein bisschen wärmer. Huh? Ich bin Donald! Well, ich bin Coons! Ich bin Ereindel! Ihr wisst zu Ereindel? Für die Coronation? Oh! Uh... Um... Uh, uh, you got us. So, what's your name? Elsa. Queen Elsa of Arendelle. Hmm. What? Your Majesty. You shouldn't be out here. Please go back to the village. Why? Your Majesty, you look like you could use a friend. Don't you want to talk? Please leave. I need to be alone. I don't want to hurt anyone. Ah, ich bin C. Oh. Is it that bad? You must have been through a lot. We know what that's not. Don't we? Hmm. C-Arnaut und Ernst, der auch C-Arnaut ist. Es ist eigentlich immer C-Arnaut. Fertig together. Hhe, exactly. Although, Donald, you do lose your temper a lot, so I can relate to wanting some alone time. What? Ich habe das nicht geklappt. genug! Eisrach. Hurtless. Ja, das war ziemlich gut getroffen, finde ich. Was geht, Jungs? Ich darf mal ein bisschen Karussell fahren. Naja, dann gleich der nächste. Au. Die haben auf jeden Fall verdammt viele Leben. Au. Verdammt viele Leben. Auf jeden Fall. Oh, ja. Das war's. Woh. Excuse me, ma'am. Oh, ja. Oh, ja. Hurtless. 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 Da ist es vorbei. Puh. da braucht man schon was stärkeres als immer und ewig da braucht man über der war stark ich würde ihn vielleicht das minibus bezeichnen aber nur mini 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 hallo zack Heartless Ja, aber du kannst nicht von hier oben regieren Ich befürchte, das kann ich nicht tun Haha, let her go Ich dachte, ich hätte dich getötet Nein 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 Ja, sie sieht, dass sie uns kennt Also, vielleicht sollten wir mit uns spielen Nicht, wenn ihr Name ist Tara Entschuldigung, ich bin hier Oh Warum bist du nach Elsa? Niemand wird sie verletzen Aber wir werden nicht mit deinem Meddeln Stay hier und behave yourself Wow Oh Das ist nicht ganz so warm Das ist nicht ganz so warm Willkommen im Itzy Bitszy Eis Gefängnis Will jemand sehen wir einen Weg raus? Nein, nicht ich Well, wir können hier nicht bleiben Elsa ist in wirklichen Problem jetzt Ja, Larxene hat sie nicht zu verhörten, aber ich vertraue den Leuten so weit wie ich sie verhörte Nettes Sprichwort Schauen wir uns mal an, was wir hier haben Eis Oh, brechbares Eis Oh, Geld Noch mehr Geld Ist hier nur... Hey, Goofy, das war meins Ist hier nur Geld? Nein, auch Mithril Steine Und böse Kinder Oh, das ist ein Geld Oh, das ist ein Geld Ich glaube, ja Hey Hey Well, that was easy Weiter geht's Hier ist nichts, nichts Außer Geld Viele, viele Geld Jungs, das ist wie wieder, gell? Nur, dass ihr es wisst Aha Was geht? Next one Okay Donald, Leute, du frierst die Lady darin ein Hast dich schon ziemlich gut gewöhnt an das Ganze nicht Die Stuckys getting level ups Aha Müssen wir da her? Scheint fast so Scheint fast so Ach ja Ach ja Genau Oh, das war die Karte Das war ja ziemlich wichtig, dass wir da hergegangen sind So wird's gemacht Danke, dass du da oben bist So wird die Kisten gleich senkt Sehr freundlich Oh, wow Was geht, Leute? Hier Hier schaut's irgendwie ein bisschen unfreundlicher aus, wenn's nach mir geht Nice, goofy, weiter so Okay Okay Get out Now Gut Aha Dann schauen wir mal da hoch Das war da, das war da Aha, aha Und jetzt gehen wir da Ja, passt Alle Wege führen ans Ziel Alle Wege führen ans Ziel Alle Wege führen ans Ziel Ich wusste nicht, dass das eine Szene war Ich wusste nicht, dass das eine Szene war Komm her We can get through now Okay 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 Clipper die Sliding Ah, na, nehm'n dich. Naja. Mehr sind? Okay, jetzt mal. Naja, dann. Oh. Hallo. Aha. Ach ja. Die sind Ninjas. Hast du das Laxin? Ist der Naruto der Organisation 13? Ja. Wahrscheinlich, wenn sie Ninja-Typen hat. Sie verwendet aber Blitz. Also ist sie eher Sasuke. Was natürlich auch passt. Oder sie ist Kakashi. Oh, Mami. Na, sie ist nicht cool genug für Kakashi. Blitz, oder? Too damn strong, Freunde. Too damn strong. Okay, jetzt haben wir da zwei Pillars. Welchen nutzen wir? Ich würde mal sagen, starten wir mit dem rechten. Oh, Mami. Der Spin-Trick in den, sollte wieder funktionieren. Aha. Ah. Neues. Denk ich. Ah, für Kiste. Okay. Gut und wichtig. Wow. Verrückte Olympiade. Das werden wir nicht spielen. Na dann er. Ah. Ich sehe eine Entrance. Nein, der von hat. Jetzt darf ich. Das kriegen wir hin, Burschen. Hallo. Oi, oi, oi. Habt ihr mich ein bisschen überrascht da, ne? Ist der Rest da unten? Ja, bringen wir es an. Ich bin der Ninja da. Ah, da ist zu. Na ja. Verstehe, da ist auch zu. Okay, okay. Ah, da haben wir wieder einen. Aber der, ja. Eh klar. Wieder ein paar Ninjas da. Nur für euch. Oh, Kufenheimer. Da kannst du nicht ausweichen. Boom. Ah, boom. We are too strong. Ja, so kannst du gehen. So kannst du am gehen. Jetzt machen wir da ganz viele Türen auf und dann weiß ich nicht, wo ich reingehen soll. Weil alles irgendwie interessant wirkt. Hallo. Scheiße, ship mir mit. Tada. Okay. Ja. Das ist wie in der Monster AG. Wie in Monstropolis. Au. Ja, danke Jungs. Weiß ich sehr zu schätzen, dass ihr das für mich habt. Au. Das ist irgendwie schwerer als in Monstropolis. Au. Könnt ihr damit aufhören? Vielleicht. What's up, D? Ah, so knapp. Ah, so knapp. Ah, wieso kann ich kein Doppelsprung? Ah, ist das nervig. Kann ich da aber wieder zurück? Für den Fall, dass wir irgendwas übersehen hätten. Scheiß drauf. Ui, ich glaube, der hat wirklich wieder gekämpft. Ah, ihr Ninjas hat mittlerweile keine Überraschung mehr. Au. Aber das war überraschend. Das waren sogar Treffer. Ich weiß nicht, mit was ich sie da getroffen habe. Wahrscheinlich mit guten Gefühlen. Let's go. Here we go. Let's go. Nein. Aha. Riskanter Schlenker. Ja, dann nutzen wir halt den Lift. Weil, für die, die es nicht wussten, das ist ein Lift. Rauf oder runter? Rauf. Wow. Warum war das so schön? Well, das scheint, dass alles alles in den Platz locken. Aha. Ja, woher? Ja, woher? Ja. Hallo. Hab dich schon durchschaut. Mich trickst dir nicht aus, ihr kleinen Wichte. Dann schauen wir kurz noch seitlich. Das sind, glaube ich, so coole Kisten. Hallo. It's me. Sora. Ein Lucky Emblem. Ja, das war vor... Ah, ja. Got it. Das war vorhersehbar. Aha. Aha, 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 aha. Achso, und sonst nur so gut. Diese fäten Bing Bongs. Okay, da brauchen wir schon. Tower of Light. Der ist für euch. Schauen wir mal, wie viel wir auf einmal schaffen. Äh, das war unsere 2, 3. Auf. Hey. Die tag-teamen mir da. Cool. Cool, 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 cool. Aber... mehr als diese... dieser Fight Warternet, oder? Na. Egal. Auf zu Largsehen. this must be the exit. Dunkles Kettchen. Da maast. Hello. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Da hoch, also. Danke für die Info, Goofy. Wir sind wieder am Nordberg. Und hier machen wir dann weiter in der nächsten Episode von Kingdom Hearts 3. Wenn es euch gefallen hat, kommt wieder. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns. Meine Stimme versagt. Bis dahin, howdy doody. Bis dahin, 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 bis Vielen Dank.